Servus E-Fashion, schön, dass ihr dabei seid. Die schönsten Stoffe sind oft glatt und rutschig, das ist echt gemein, aber so schnell gehen wir nicht auf. Ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr glatte, rutschige Stoffe am besten zuschneiden könnt. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, bleibt gerne dran. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Also, gehen wir es an! Diese wundervollen, weichfallenden Stoffe verdienen passenden Schnitt. Mit einem schwingenden Rock, weiten Ärmeln, Raffungen, Rüschen und wenig Teilungsnähte kommen diese Stoffe richtig zur Geltung. Abbügeln ist auch bei dünnen Stoffen ein Muss. Einerseits, um zu sehen, wie der Stoff reagiert. Andererseits, um eine einheitliche Oberfläche gerade bei rutschigen Stoffen beim Zuschnitt zu haben. Ich gehe in diesem Video speziell auf rutschige Stoffe ein. Mehr zum Thema findet ihr in meinem Zuschneidevideo. Ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Immer wieder werden auch Tricks fürs Zuschneiden verraten. Also, ich werde meine Stoffe sicher nicht mit Wäschestärke zusprühen und das Material dann voll mit Stärke auch noch nähen. Dann gibt es noch die Idee des Auf-dem-Handtuch-Zuschneidens. Das möchte ich euch vorführen und ihr könnt selbst entscheiden, ob das euch etwas bringt. Mit den Stecknadeln nehme ich unten mein Handtuch mit. Das ist allerdings etwas unpraktisch. Also werde ich mich hier auf meine Gewichte konzentrieren. Der Griff zum Rollschneider ist natürlich auch keine gute Idee. Meine Schere ist zwar sehr scharf, aber sie bleibt trotzdem immer wieder unten in dem Handtuch irgendwie hängen und ich muss mich ziemlich bemühen, hier gerade zu bleiben und auch beide Lagen mitzunehmen. Alles in allem entdecken. ziemliches Quicks mit mäßigen Ergebnissen. Viel besser hingegen funktioniert das Arbeiten mit aufbügelbaren Schnittenmusterpapier von Stöfflerpapier. Das ist ein Profi-Papier, das im Textilgewerbe verwendet wird. Bei diesem Rock habe ich vier Stofflagen aufeinander gelegt. Der Stoff liegt vorne im Stoffbruch. Dann mit wenig Hitze das Spezialpapier aufbügeln, nur so viel, dass sich die Bügelschicht auf der Rückseite aktiviert. Macht vorher unbedingt einen Test auf einem Probestück. Ihr seht, ich habe das Bügeleisen ausgesteckt, also es braucht wirklich ganz wenig Hitze. Das Papier gibt es in passenden Rollen für Hobbyschneiderinnen direkt im Onlineshop von Stöfflerpapier. Mit dem Code SOFESCHVIENNA bekommt ihr 10% auf den Warenwert. Die Aktion läuft vom 22.03.2024 bis 28.03.2024, 16 Uhr. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Nach dem Zuschneiden das Papier vorsichtig ablösen, es ist wiederverwendbar. Schaut euch dazu gerne auch mein Video zum Thema Schnittmusterpapier an. Alternativ könnt ihr auch offen zuschneiden. Das ist natürlich mehr Arbeit, aber das ist gut investierte Zeit, denn ihr habt nachher weniger Ärger beim Nähen. Ich lege also mein Schnittmusterpapier in den Stoffbruch und verwende ein Papier, das auf einer Seite glatt und auf der anderen Seite rau ist. Auch dieses Papier gibt es bei Stöfflerpapier. Ich habe euch vorher schon auf die Aktion aufmerksam gemacht. Auch diese Schablone, die ich hier auflege, ist von Stöfflerpapier. Das ist ein Spezialkarton, auch auf Rolle. Sehr praktisch. Nützt die Aktion auch für diese Papiere. Die meisten Glattenstoffe legen sich super an diese Schneidematte an und ihr könnt sehr gut an den Linien ausrichten. Das ist sehr praktisch. Ich zuppel mir das hier zurecht. Wichtig ist, messt beim offen zuschneiden an, ob ihr wirklich gerade seid und steckt die Stecknadeln nicht in den Stoff, sondern nur in die Nahtzugabe. Ich verwende auch gerne einen Malerkrepp. Es hält die Rundungen beim Schneiden in Position. Ich kann drüber schneiden und es lässt sich leicht wieder ablösen. Bei feinen, stark franzenden Stoffen verzichte ich auf Knipse und verwende meine Schneiderkreide. Bei hellen Stoffen ist das allerdings schwierig. Deshalb setze ich gerne Stifte ein, probiert aber unbedingt aus, ob sich diese Stifte dann nachher auch wieder ablösen lassen. Sehr praktisch finde ich persönlich bei feinen, dünnen Stoffen, vor allem bei Spitze, wo Markierungen eigentlich nicht halten, die Methode des Markierens mit Fäden. Ich nehme ein Nähgarn, entweder doppelt oder einfach je nachdem, wie empfindlich der Stoff ist und ich markiere mir einfach mit meinen Fäden die entsprechenden Stellen. Sehr praktisch auch bei Abnähen oder Brustspitzen, die ja mitten auf dem Stoff sind. Auch da lässt sich mit einem feinen Faden eine Markierung sehr gut anbringen. Ob ihr mit Heftgarnen arbeitet, das ja dicker und rauer ist, solltet ihr vorher auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde sicherheitshalber darauf verzichten und auf Nähgarne setzen. Diese Methode mit den Fäden hat außerdem den Vorteil, dass sie auf der rechten Seite gut sichtbar sind. Das Ausschneiden ist wesentlich einfacher, wenn ihr scharf geschliffenes Werkzeug habt. Das ist wirklich das Um und Auf. Natürlich kann man mit der Schere ausschneiden, aber für so rutschige, glatte Stoffe ist wirklich ein Rollschneider sehr viel praktischer. Und wenn ihr um euren Tisch nicht herumgehen könnt, bevor ihr euch die Arme brecht beim Ausschneiden, dreht lieber eure Schneidematte um. Bei größeren Teilen könnt ihr vorher einen groben Zuschnitt machen. Und wenn ihr jetzt einen Stoff findet, der glatt und rutschig ist, nehmt ihn. Ihr könnt das. Nur Mut, das machen wir schon. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Bussi, Baba, bis bald. Dann ja. Vielen Dank.